Oh nein, ich bin runtergefallen. Hätte ich nicht sagen dürfen. So, auf eine weitere Aufnahme. Obsidian Sanktum. Ja, auch ein relativ kurzer Raid. Der läuft relativ einfach ab. Wir rennen jetzt einfach zum Endboss. Und ziehen die komplette Instanz damit. Hauen den Endboss rum, bevor die komplette Instanz ankommt. Zack. Und warten, bis alles ankommt. Können wir jetzt mal bitte die anderen drei Drachen? Oder sind die schon hier gewesen? Ja. Gut. Äh. Das war's auch schon wieder. Es ist so lächerlich. Ich weiß. Äh. Ich werde die jetzt noch verkaufen, bevor wir jetzt ein Video von 20 Sekunden haben. Ähm. Ja. Wer ihr seht. Die, äh. Dungeons sind doch schon öfters mal der kürzeren Sorte. Und ich muss einen Mount wegschmeißen. Äh. Ja. Kein Kommentar. Gut. Dann jetzt habe ich aber auch wirklich verkauft. Und ja. Bis zur nächsten Folge. Und jetzt habe ich gesagt.